Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute geht es hier um die Reinigung der Heizung. Damit man hier eben diese Lamellen innen drin reinigen kann, muss man erstmal hier oben dieses Gitter entfernen. Das geht ganz einfach. Bei den meisten Heizungen hier dieses Seitenteil nach oben schieben und wegklappen. Bei mir hier kann man einfach das so ein bisschen auf die Seite machen, auf der anderen Seite auch. Und dann kann man hier langsam oder auch ein bisschen schneller dieses Gitter hier oben entfernen. Das legen wir zur Seite und schon haben wir hier Zugang zu unseren Lamellen. Hier sieht man auch hier oberflächlich Staub, hier innen drin immer wieder Staub. Da können wir jetzt ganz einfach mit dem Staubsauger ran hier drüber saugen. Da zieht es dann auch einiges an Staub hoch. Aber wir wollen natürlich hier innen drin diese einzelnen Lamellen auch bis ganz runter richtig schön sauber bekommen. Und das geht entweder mit einem Föhn, kann man hier oben reinpusten, dann haut es das ganze Zeug hier unten raus und überall fliegt es rum. Es wird zwar sauber, aber man hat überall den Staub. Und es gibt natürlich auch Fälle wie zum Beispiel im Badezimmer, wo alles so ein bisschen feucht ist innen drin. Da klebt der Staub richtig dran, da kommt man mit dem Föhn auch nicht mehr weiter. Und dafür gibt es dann im Prinzip eine Lösung. Hier eine Heizungsbürste. Und diese Heizungsbürste, die gibt es für ein paar Euro, zum Beispiel bei Amazon. Da setze ich auch einen Link unten in die Videobeschreibung. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ich gehe hier einfach in so eine Lamelle rein. Und dann kann ich das hier einmal ganz reinstecken, bis es eben unten rauskommt. Und ihr seht schon hier, der Staub fliegt raus. Einmal rausziehen. Zack. Und dann eben weitermachen. Lamelle für Lamelle. Und so wird dann am Ende eben meine Heizung richtig schön sauber. So einfach geht's. Einfach hier oben das Gitter abnehmen. Und mit einer Heizungsbürste jede Lamelle durchgehen. Und dann ist die Heizung auch wieder sauber. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann. Tschö.